So, wo wir jetzt jetzt die Runde starten, es geht in der Kreis Achtung. Der Michael Watt ist schon dreimal zwei Tickets hier zur Verfügung gestellt, die wir jetzt hier gleich so ein bisschen für aufmerksame Zuschauer zu gewinnen. Na ja, jedenfalls gewinnen lassen. Also wer jetzt gleich zwei Fragen beantworten kann, kann hier jeweils zwei Tickets für die Veranstaltung am Samstag hier im Maritim Hotel gewinnen. Achten Sie auf das, was in den nächsten drei Minuten von mir durchgesagt wird. Das sind keine ganz schweren Fragen. Also dann Händchen heben und dann gibt es einmal zwei Tickets zu gewinnen. Dann soll es wieder dritten Unterweiter gehen. Und dann soll es auch wieder dritten Unterweiter gehen. Also wenn es nicht auf dem Gewicht läuft, dann wird es ein bisschen leid. Dann ist das einfachen ein bisschen. Ich hab die Runde in den großen Zeit zu unseren Freunden reisen. Und dann kommt es ein bisschen zu jahr. Wie wie wenn die Runde in den Kalle sind. Also hier ist der Kalle. Und dann kommt es einen Kalle. Und dann kommt es ein bisschen in der Kalle. Und dann kommt es ein bisschen ein bisschen. Das ist der Hauptkampf der WB-Europa-Meisterschaft für den Schwergewinnen. Hier mein Name Timo Ter, hier der Hauptkampf der Mieter Evalisch, der Trainer war ein richtig schöner Tatsenhaus.